willkommen zurück zu einer neuen folge vor ort 4 und ja starte mal mit den ganzen wir wollen nicht dass es in die falschen hände fällt ja wo du bist hier lehrte bring mir dieses artefakt damit ich es einpacken und für den transfer vorbereiten kann aber du bist immer noch da ich könnte schwören dass ich dir eine mission zugewiesen habe aber ich doch wir müssen noch so viel über unsere fehler der vergangenheit lernen und wie wir verhindern können sie zu wiederholen was meinst du normalerweise durchschaue ich menschen auf den ersten blick aber du bist anders und das nervt mich ohne ende und ist nicht fürs militär gemacht du bist ein einzelgänger also kapiere ich nicht warum du noch hier bist du hast was du wolltest also warum ziehst die bruderschaft könnte meine beste chance sein meinen sohn zu finden das ist tatsächlich ein ziemlich guter grund gut ich will mal nicht so sein weil denn es dir vertraut aber wenn du aus der reihe schlägst und meine brüder und schwestern in gefahr bringst sorge ich dafür dass du das bereust also bereit für deinen auftrag du hält ja bereit dann hört zu ob es dir gefällt oder nicht eine unserer wichtigsten aufgaben im commonwealth ist die müllbeseitigung ich rede von mutanten gulen sinds den ausgeburten die die verdammten eierköpfe mit ihren spielzeugen erschaffen haben es ist ganz einfach ich schicke dich zu einem ziel und du vernichtest alles was sich dort häuslich eingerichtet hat alle einzelheiten findest du direkt hier komm erst wieder wenn die aufgabe erledigt ist das ist ja gut aber warum leuchten die immer noch warum habe ich denn immer noch symbole auf das ist ein bug wenn du mich beeindrucken willst dann erledige die mission die ich dir gegeben habe ja aber nicht zu besprechen warum helen bring mir das artefakt so schnell es geht wir wollen nicht dass es in die falschen hände fällt paladin dance wenn du technische dokumente findest solltest du sie aufheben könnten wir noch brauchen sobald die verstärkung eintrifft aber ich verstehe nicht das und machen wir das jetzt ist ja nicht hallo jetzt mal bitte weiter ja der ladebildschirm welchen wir hat dass ich irgendwie von der gott ich wieso nicht gewohnt bin ich das von der ps4 mit so langen ladebildschirm aber wohl nicht von pc hatte kann ich ja auch obwohl es geht weiter so wo bis wohin hatte einmal und zwar was wollen wir haben jetzt schon den vorhaben das glaube ich doch das glaube ich dass wir jetzt schon vorhaben dass wir jetzt schon vorhaben wenn wir jetzt schon vorhaben wenn ich mir das läuft ja schief jetzt jetzt ist auf jeden Fall aber da Was ist das? Genau, Bible. Genau, Mois. Genau. 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 Sonst verkommt das alles. Aber was wollen wir denn schon im Vorhaben und das verstehen? Dass sie uns jetzt schon da hinschicken. Blumen wir das DLC schon, aber jetzt schon? Nein. Blu, hier steht was nicht. Echt? Ist das alles schön los? Alles schön, Beifahrer. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Was sollen wir denn jetzt schon im Vorhaben? Au! 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 Oh, was ist denn jetzt? Das ist jetzt. Was soll ich denn jetzt schon im Vorhaben? Ich verstehe ich nicht. Nein. Das wollte ich. Ich verstehe echt nicht, was wir uns machen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Danke... Wo stehe ich mal nicht? Ja! Was wir uns vorhaben. Verstehen wir noch nicht, was wir... Oh! Ciao! Warum wir eigentlich nach Verhoberschön zu... Ach Quatsch, Quatsch. Sieht doch alles noch gut aus. Ich verstehe trotzdem nicht, warum wir eigentlich schon nach vorne haben. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich weiß nicht, was wir haben. Das ist eine Marke. warum ist das rot was auf ow ich weiß wie es sorry pipe aber sind hier rein verstehe zwar nicht warum das rot war aber leber lieben weiter verursachen 5 prozent mehr schaden nur ach doch die pfeifen so gucken ach schon mal nach klappen das vermeiden ach, keine Klammer weiter, oder? da sind aber wenige Klammern so, da gucken wir mal echt jetzt? da hätten wir uns die Arbeiten das macht wohl einer jetzt aktivieren Tötigkeit, Startort fertig ich schütze und sehne ach so wollen wir doch gar nicht was war das? hier nein, ich muss nicht leben zwar nicht ah auch wo ist wachs bei boh geht auch bei boh Hey! Da da... Boom! Schlagen, Blu! Jaaa unsere munition ist für die waffe bald alle alles ledig bei warum erschießen Wir sind hier nicht allein, Blue. Oh, ich sehe das schon. Die rechtschaffende Bürger sollten den Bereich richten. Ach, joh, 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 joh. Was ist denn? Wo ist denn? Au, ach. Wie? Weiber, immer mit der Ruhe. Was denn du? Was meinst du, was das Weisliche zählt? Cool, Weiber? Ein Cool? Würde ich sagen. Es war ein Cool. Ey, was machen die im Hintergrund? Was machen die im Hintergrund? Was habt ihr gemacht? Was ist denn das noch? Wir kommen aus, wir sehen. Was ist denn das? Ach, die haben uns noch. Dann sind wir da unten. Oh, das ist noch ein. Noch ein noch. Ah. Ich mag meine 10 Millimeter. Wir sind ja eigentlich schon am Ende der Folge. Und den brauchen wir nicht zu entsperren. Es geht noch mehr. Gut, ihr Lieben. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und ich bedanke mich für euer Zusehen. Und ja. Mehr Kartaum für euch. Und tschüss. Nichts.